Man nimmt einen leichten Abfischung, um das Rad zu gehen. Und das dann los geht sozusagen? Komm ich wieder runter? Das machen wir dann wieder runter. Ja. Gar nicht, gar nicht. So. Das liegt so lange hergegangen. Einmal ranziehen. Ganz wichtig und breit. Die großen sind zu eng. Warte aber bevor du nach Gas gibst. Guck mal bei dir. Ja. Wie darfst du die anderen? Ja. Setz dich in ADS an. Ach so, also ich soll rollen. Sitzen und rollen. Wenn ich das hinkriege. Genau, genau. Erstes Ziel hinsetzen. Okay. Alles klar. Beide. Okay. Attacke. Sehr gut. Oh. Alles gut, ganz entspannt. Ja ja, das ist der Hebel. Das denke ich auch. Eieieiei. Guck mal. Guck mal, du bist doch gar nicht umgefallen. Ah! Ich steig noch auf. Oh, jetzt wird Markus fest. Markus hier. Markus hier. Markus hier. Wir machen das nochmal. Ja, klar. Da wacke ich ein bisschen. Ja, aber ich hab nicht. Wirkst du das? Okay. Sehr gut. Füße an die Pedale. Beide. Und jetzt stöße ich leicht an. Ja. Und du rückst nach vorne zum LKW. Und ich muss grad fahren. Genau. Und kalt dich. Kalt dich. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Guck mal, du hast nen Hut drauf. Mach mal den. Mach mal den. Beide Beinen weg von den Pedale. Ja. Du bleibst sitzen. Du bleibst sitzen. Ja. Also linkes Bein auf dem Tritt. Ja. Und wenn du morgens aufstehst, dann stützt du dich ja mit beiden Händen immer so weg. Ja. Machst du jetzt auch. Hey. Danke. Good job. Das erste ist du dich hinsetzen. Das ist. Und dann räum wir ein bisschen. Wenn dann ist es gut gesagt, kann man eine Beine da hinsetzen. Dann machen wir das. Okay. Danke schön. Hinsetzen. Liebe Kinder, nächste Woche zeigen wir euch, wie man absteigt. Ganz locker bleiben, Beine wegkommen.